Schöne, weiche Materialien, die sich so ganz toll auch dem Körper anschmieden. Genau, wenn man sich einmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, geben Sie der Sache eine Chance, wenn Sie es nicht gewöhnt sind, reinschlüpfen. Von unten reinschlüpfen und dann erstmal reinfühlen in das Ganze. Und dann vielleicht auch mal was drüber tragen. Um sich 42 tragen, irgendwann gibt die Haut einfach nach. Und da ist es schön, wenn Sie da ein bisschen mehr Unterstützung haben. Dann können Sie nämlich wie Anna auch ganz schmale Sachen drüber tragen. Himbeerbeere und haben auch nochmal hier wirklich im Bild zu sehen. Auch hier wieder. Also Champagner ist eine Farbe, die gerade bei Ihnen sehr gut ankommt. Was mir gut gefällt, ist, die hat ja was sehr Edles, vielleicht auch gerade nochmal akzentuiert durch die Schmetterlinge. Ohnehin, Sie haben es gerade angesprochen, also wer sich einmal für Formabelle entschieden hat und wer die Wäsche eben kennengelernt hat, der trägt sie so gern, dass auch im Laufe der Jahre oder der Monate sukzessive immer wieder so ein bisschen was Neues dazu kommt. Insofern toll für diejenigen, die jetzt heute den Kleiderschrank nochmal weiterfüllen bei den Outlet-Preisen. Oder auch ganz fantastisch für die Damen, die sagen, ich möchte das heute zum ersten Mal bestellen und damit kennenlernen. Nochmal der Hinweis bitte, die Frage, welche Größe bestellen Sie. Super tolle Farbe. Und auch so ein bisschen Farbmix, meine Damen. Finde ich also richtig interessant. Sieht klasse aus, sieht modisch aus, wie gewollt. Ja, weil die Farbpalette ist riesengroß, auch in dieser Stunde, mixen Sie einfach. Da trägt man schon mal so ein bisschen luftigere Kleidchen. Also ich liebe ja zum Beispiel Jerseykleider, ne, auch aus einer viskose Elastan. Aber machen wir uns nichts vor, die tragen halt schon auch auf. Definitiv. Die verzeihen jetzt nicht so ganz so viel. Ähnlich übrigens, wer ein Seidenkleid hat. Und insofern, wie möchte man sich damit fühlen, logischerweise natürlich bestellen. Ich sehe das mal aus, aber es geht eigentlich sehr schnell, dass die Frauen sagen, also warum soll ich denn jetzt noch normale Wäsche tragen? Da habe ich den Effekt, da sehe ich schlank aus, da fühle ich mich mit Wohler, da kriege ich die fetten Komplimente, die da heißen, Mensch, sag mal, hast du abgenommen, du siehst so schlank aus, ne. Das ist Formabelle, meine Damen. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, dass wir einfach die Silhouette formen, dass wir da an die Silhouette gehen. Jetzt gibt es ja die dollsten Vorurteile auch in Sachen der figurformenden Wäsche. Ja, also nach dem Motto, wenn ich hier ein bisschen was wegdrücke, dann muss es ja an anderer Stelle wieder rauskommen. Wie ist das bei Formabelle? Anna, komm einfach zu uns. Ja, wir sind, also auch hier, die Körbchen sehr schön ausgearbeitet. Ich gehe da mal rein, um ihm zu zeigen, die sind sehr dehnbar hier, meine Damen. Deshalb in die Umkleidekabine immer wieder die Träger verstellen, immer wieder aufhaken, zuhaken, gucken. Und dann kamen hier die bösen Metallbügel, die abends so fette Striemen hinterlassen, dass man heilfroh ist, wenn man es ausgezogen hat. Also was ich da wichtig finde, ist zum einen natürlich auch ein Stück weit mehr Bequemlichkeit, trotzdem aber auch wieder das Stützende. Und ich kennengelernt habe, auch das so ein bisschen als Einsteigerprodukt zu sehen, um mal zu sagen, bevor ich mich jetzt an die starke Formung begebe. Wirken in der Kleider, da könnte eine Frau hier stehen, die vielleicht Kleidergröße 32 hat, aber wir sagen, boah, ist die Fahrt. So das ist mir so eine Imgab, eine Anna, 20 mal lieber, die einfach auch so ein Typ sind. Hier sehen wir glückliche Frauen, Kerstin, das ist angesagt. Glückliche, zufriedene Frauen, die nicht permanent hadern und an sich rummäkeln und sagen, ich möchte es gerne hier ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger. Die einfach sagen, na und, so bin ich aktiv und tragbar an 365 Tagen. Da können wir nämlich mal schauen, was Hanne Ihnen gerade erzählt hat. So angezogen hat man immer ein besseres Bild. Na klar. Das kann man wunderbar zu unserem Topf vom Beginn der Stunde in diesem schönen Obergine kombinieren, oder? Hält alles schön fest. Das Problemchen hier. Das Bündchen ist breit genug, es schnürt nicht ab, das ist mir immer ganz wichtig. Dann kommt denn da wieder die Rolle raus. Natürlich, deswegen ist es ja sehr schlafwichtig. Weil eine Gait spüren, da stehen sie einfach wunderschön gerade. Ganz von alleine, automatisch schon. Ja. Geht gar nicht anders. Ansonsten hängt ja das Baumwollhemdchen so los an einem runter, dann kann man auch selber hängen. Ja, das ist einfach so. Aber hier eine Wäsche, die heißt Formabelle. Und Hanne empfiehlt Ihnen immer das passende Oberteil zu den Höschen oder die Höschen zu den Oberteilen, die so richtig gehalten werden. So, nochmal zu unserem Höschen. Den hat die Irmgard ja dazu schon kombiniert. Und das ist jetzt ein Teilchen-Slip, den wir aktuell noch in weiß anbieten dürfen. Der hat jetzt Artikel Nummer 1, 9, 8, 0, 1, 9. Und das ist ein Teilchen-Slip mit dem Klassiker, mit dem Hakenverschluss. Auch der ist Leicra Beauty, also wieder die Premium-Serie für unter 20 Euro. Und hier muss man jetzt wirklich mal ganz ruhig sagen, genau. Vorhin ganz wichtig, wie einen Badeanzug von unten anziehen. Und dann dahin ziehen. Wo Sie es brauchen. Und ich weine. Also es ist wirklich so, man muss da ein bisschen arbeiten. Das haben Sie sehr schön gesagt. Aber dann kommt die Büste auch dazu. Es ist einfach diese starke Stützkraft. Und wenn Sie natürlich dann eine Zone, die wirklich Kompression hat, hier haben, dann macht das die Büste platt. Also müssen Sie gucken, dass die wieder unter die Büste kommt, damit die Büste sich wieder schön in den etwas weicher gestrickten Bereich so einfinden kann. Aber Sie haben natürlich immer auch die Wahl, Ihren eigenen BH darunter zu tragen. Besonders bei diesem hier haben Sie auch diesen tollen, breiten Träger, der Ihnen das auch ermöglicht. Imga trägt jetzt gar kein Entgegenlachen, dass die unten drunter auch getunt sind. Und das können wir ja auch. Das fand ich mal ganz interessant. Das war, glaube ich, bei David Letterman, dass da Naomi Campbell saß. Die machte so, oder? Die machte so und hatte hier wirklich so eine Long-Panty an und sagte, natürlich trage ich figurformende Wäsche. Und das fand ich auch so, eigentlich... Das geht mir genauso. So, das ist eine Entscheidung. Die treffen Sie in der Größe 36, die können Sie in der Größe 46 treffen. Nochmal, es ist die leichte Formung. Das ist jetzt nicht dieses ganz kompakte Gefühl, wie wir das vorhin gesehen haben. Aber man merkt es schon. Aber da tut sich schon was genau. Da tut sich schon. Ich kann vor allem an dieser Stelle nicht mehr sagen, welche Farbgrößenkombinationen. Tatsächlich Body ohne Bügel, in dem Fall wieder mit starker Formung. Und ganz süß mit diesen gestreuten Strasssteinchen. Und Sie sparen in dem Fall sogar fast 13 Euro. Und ich persönlich habe keine Gedanken gemacht. So geht es mir auch. Und vor allem, ich gehöre so zu den Menschen, ich mag es nicht gerne, wenn die Hosen irgendwie mal runterrutschen, womöglich. Ein T-Shirt hoch und ich stehe dann da hinten mit bloßem Rücken. Und das ist wirklich auch ein tragbares Teil, was ich mal unter einem Blazer, unter einem Karnigen hervorblitzen lassen kann. Wir sprechen gleichzeitig aber eben auch von einer Figurformung. Nochmal, es sind ja immer so diese drei Dinge, um die es bei Forma Bell geht. Das ist zum einen eben auch Stützen. Absolut. Wir haben das Kaschieren. Und wir haben wirklich mit einem angenehmen Tragegefühl. Nochmal der Hinweis, es ist eine starke Formung. Wir wollen den nochmal individuell zu regulieren. Da haben wir Schuhenwäsche. Ich würde sowas, weil es halt hier auch wirklich delikat ist mit den Accessoires, auf links drehen und ins Wäschewettklinge packen. Also das habe ich mir einfach angewöhnt. Fahre damit gut. Alle Sachen, die appliziert sind. Ich finde, beide sind schön. Beides ist mal was Außergewöhnliches. Dieser Bordeaux-Ton hat sowas wie, das ist so ein Kaminrot, sowas Gebranntes. Und das kann man auch schön mal unter einen Bläser tragen. Also da hat man wirklich einen schönen Hingucker. Die Strasssteine sind übrigens immer in der Farbe eingefärbt des Bodies. Also wir haben gesagt, ja, das darf man auch wirklich, das kann sich sehen lassen. Diese Wäsche kann man zeigen. Ich muss mal eben kurz sagen, XXL gibt es nur noch über die Wachtelliste. 25,89 Euro zahlen Sie für diesen fantastischen Body, die 1,97489. Es gibt den schönen Fliederton, den wir getragen sehen bei unserer Umgarten. Ja, bei Umgarten vorher, damit Sie den Unterschied sehen können. Weil wir haben bei diesen guten Preisen natürlich immer... Nein, dann hier die Trägerchen, ein bisschen den Busen in Form ziehen. Ja, hier, Sie kann das so schön. Und dann... Voila. Hake an figurformender Wäsche. Und meine Empfehlung, bitte immer direkt den Slip mit dazu bestellen. Da haben Sie direkt ein schönes Set, sehen einfach auch klasse aus, wenn Sie mal ein Wochenende mit den Freundinnen machen. War da nicht gerade jemand in Mallorca? Ich wundere mich schon, so schön braun geworden. Und dann ist da angesprochen worden auf Ihre tolle Wäsche und haben gesagt, du siehst immer so toll schlank aus. Das ist natürlich die richtige Wäsche.